Einen wundervollen guten Morgen! Heute wollen wir uns ganz kurz noch ein paar Features von CSS angucken, nämlich Where und Is. Die kennt ihr noch nicht und ich dachte mir, jetzt wäre mal wieder ein guter Zeitpunkt, um da ein kleines Update zu geben. Und ja, im Endeffekt handelt es sich dabei um Selektoren, die euch das Leben leichter machen können. Ihr kennt das Ganze vielleicht noch aus früheren Videos von mir. Mit einem Punkt vorne dran kann ich quasi einfach meine Klasse auswählen, das heißt zum Beispiel Punkt Headline. Und hier rein kann ich dann irgendwas schreiben, ja, sowas wie Background, ähm, was haben wir denn hier Schönes? Warum nicht Aqua? Ja, und plötzlich habe ich statt diesem wunderschönen Ding einfach mit einem Aqua-Background alles. Ist jetzt nichts Spezielles und natürlich ist das Beispiel sehr, sehr minimalistisch gewählt, aber es kann tatsächlich dazu führen, dass wir ein bisschen uns das Leben leichter machen können, wenn wir sowas haben wie jetzt. Und zwar, ähm, wir haben hier einen EM-Tag innen drin. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr das Video gesehen habt, ich hoffe es zumindest, denn ich kann ja auch innen drin die Tags anwählen. Ich kann hier quasi sagen Punkt Headline EM, ja. Dann bekommt eben nur das, was Headline und innen drin EM hat, das da, ja, also quasi den Hintergrund gesetzt. Ähm, das hat aber zur Folge, dass das EM sich nur noch offiziell, also dass dieses ganze Ding, was wir hier haben, sich offiziell nur noch auf das EM bezieht und nicht mehr auf die Headline, ja. Ähm, und ich kann das natürlich jetzt noch ein bisschen, ähm, weiter treiben, indem ich hier zum Beispiel jetzt noch einen Paragrafen vorne dran setze und wir hier den Paragrafen mal ganz kurz beenden. Und das machen wir jetzt hier auch mal kurz, ja. Ja, wir machen das allerdings außenrum, fällt mir gerade auf. So, und wir beenden hier mal unten drunter den Paragrafen. So, und wenn ich jetzt natürlich das hier aktualisiere, dann, ähm, habe ich hier noch ein Paragrafen innen drin, herzlichen Glückwunsch. So, jetzt kann ich natürlich hier noch weitergehen und kann sagen, okay, ich hätte ganz gerne, dass die Headline, also, dass die klasse Headline sein muss, dass wir innen drin Paragrafen haben und ein EM und dann habe ich natürlich das da. Wenn ich jetzt das EM hier rauslasse, bezieht sich das selbstverständlich wieder auf beide Paragrafen, weil hier oben habe ich ja auch einen Paragrafen. Das heißt, natürlich kann ich das so gut staffeln, wie ich möchte. Und das passiert sehr häufig, wenn eure Website komplexer wird. Wenn ich jetzt mir mal nochmal ganz kurz was überlege, und zwar, wenn wir das jetzt mal so machen, dann haben wir hier vielleicht noch ein Div statt dem Paragrafen. Ah, perfekt, das hat sich schon geändert. Und, ähm, wir haben eine Section oder sowas. Section. So, und jetzt habe ich natürlich die, ähm, Schreibweise hier nur auf diese Paragrafen. Wenn ich jetzt sogar hierhergehe und sage PEM, habe ich das nur noch auf diesem EM hier oben. Ja, nur noch der ist markiert sozusagen. Und, naja, wenn ich jetzt das eigentlich auch noch hier drauf haben möchte, dann kann ich das durchaus machen. Dann kann ich nämlich hier einfach hergehen, mir den Teil kopieren, und das dann quasi so vorne dran packen. Also, ich habe hier sozusagen, ah, beim Div will ich das auch haben. Und, ach, übrigens, eigentlich möchte ich diese Formatierung auch bei der Section haben hier unten. Und dementsprechend brauche ich hier eben drei Zeilen, sodass ich eben alle drei markiert habe. Das ist ein bisschen unpraktisch. Dementsprechend gibt es hier eine Erleichterung. Ähm, und zwar kann ich hier ganz einfach hergehen und sagen, Jo, alles, was da in diese Reihe reinführt. Das ist eine Art Pseudoklasse, wenn ihr so wollt. Und zwar eine Funktion mit Doppelpunkt ist vorne dran. Und hier kann ich jetzt reinschreiben, ey, das soll bitte einmal ein Paragraf sein, einmal soll es ein Div sein und einmal soll es eine Section sein. Und egal, was davon es jetzt ist, eins davon ist in Ordnung und ich bekomme mich hier, wenn ich das aktualisiere, keine Änderung. Schmeiße ich jetzt natürlich hier wieder Section raus, klar. Dann schmeiße ich hier auch wieder die Markierung für die Section raus. Ist logisch. Aber im Endeffekt kann ich hier mehrere zusammenfassen. Das vielleicht als Vereinfachung für euch. Das baut euch quasi eine neue Pseudoklasse, die eben mehrere, mehrere Tags oder mehrere Klassen oder was auch immer ihr da reinpacken wollt, zusammenfasst. So, und hier kommt jetzt noch eine kleine Kniffligkeit ins Spiel, okay. Ich nehme mir jetzt mal die hier alle und packe die hier einmal ganz kurz. Wir schreiben uns hier noch ganz kurz ein paar Grafen. Doppelpunkt where. Das ist quasi, ja, das kleine Geschwisterchen von is. Und where verhält sich ein kleines bisschen anders. Wenn wir jetzt das Ganze uns hier überlegen, brauchen wir natürlich hier eine andere Klasse. Headline 2, 2, 2. So, damit wir es unterscheiden können. Ihr versteht, was ich mache. Ähm, wenn ich jetzt das natürlich hier auf Headline 2 setze und ein where drauf setze, dann passiert hier folgendes. Es ist erstmal kein Unterschied. Where und is verhalten sich genau gleich, ja. Das heißt, ich kann sagen, ey, alles, was eben p oder div ist, das soll bitte den Hintergrund blau oder aqua bekommen. Und wo der Hintergrund p oder div ist, soll bitte auch den Hintergrund aqua bekommen. Ähm, bei der Headline 2 aber nur. Und das bezieht sich jetzt natürlich mit where hier unten drauf, mit is hier oben. Der Unterschied ist jetzt, was genau eigentlich spezifischer ist, beziehungsweise was dann am Ende auch wieder überschrieben werden kann. Und das ist ziemlich witzig. Ich mache das hier mal ganz kurz als kleines Beispiel. Wenn ich hier Punkt Headline nutze und dann einfach ein em packe, ja, dann haben wir hier zum Beispiel, was können wir machen? Background, äh, irgendwas komplett anderes, bitte. Ähm, Background Blue Violet. Ja, warum nicht? Und das, naja, macht halt hier das dann natürlich in lila. Ja, das nimmt sozusagen jetzt sich aber eigentlich alle. Also, es muss klasse Headline sein und innen drin muss ein EM sein. Das haben wir hier erfüllt, das haben wir hier erfüllt, das haben wir hier erfüllt. Logischerweise, ähm, nimmt es sich die Section und macht die einfach lila. Die anderen beiden hingegen nicht. Vielleicht, diese anderen beiden hier sind weiterhin, falls ihr es gesehen habt, Aquafarben. Das heißt, dieses EM ist weniger spezifisch und dementsprechend weniger überschreibend als das hier oben, obwohl es unten drunter steht. Ähm, wird ja quasi von oben nach unten ausgeführt und eigentlich drüber gezeichnet sozusagen. Das hier ist spezifischer. Und das gucken wir uns jetzt mal ganz kurz noch in der, ähm, ja, hier drin an, in der, in den Elements. Das, das solltet ihr sehen. Perfekt. So, ähm, wenn ich mich hier diese Headline angucke und auf diese Section-Dings hier gehe, dann ist da natürlich der Background Blue Violet. Ähm, während wenn ich hier draufgehe, dann ist der Background Aqua, weil Headline EM Blue Violet überschrieben wurde. Das heißt, hier haben wir Aqua. Bei Wear ist das genau andersrum. Das ist weniger spezifisch als Headline EM. Das heißt, ich kopiere mir das und mache natürlich hier einfach Headline 2 draus. Und wenn ich das jetzt hier, ähm, aktualisiere, dann sehen wir, das wird komplett überschrieben. Bei Is bleibt der Hintergrund. Bei Wear bleibt er nicht. Das heißt, wenn ich mich hier unten das Ganze nochmal angucke, dann sehen wir hier, hier wird Wear PDIF EM wird überschrieben mit Headline EM, ja. Das ist quasi genauer, das ist allgemeingültiger als das hier. Obwohl das weniger Elemente in dem Sinne sind, ähm, ist das eben nicht so genau. Während hier bei dem Is, da ist das Is allgemein, oder genauer und weniger allgemein. Dementsprechend wird dieses Is nicht überschrieben. Wear wird überschrieben. Das ist der große, große Unterschied hierbei. Deswegen seid hier vorsichtig damit, was ihr hier mit Wear oder mit Is macht. Da gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied. Wenn ihr es nicht überschreiben lassen wollt, dann benutzt bitte das Wear. Äh, das Is. Wenn ihr es überschreiben lassen wollt, dann benutzt das Wear. Das ist so die Lektion, die ich euch mitgeben kann. Machen, ähm, ja, sehe ich immer mal wieder ein bisschen, äh, falsch. Gut, alles klar. Das war es von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein kleines bisschen Insights bekommen sozusagen. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.